ARD Text im Auftrag von Funk Ere, Digga Ich kann dir einen Abdiwinkel in den Griff geben Zwei sind Lagerhalle Zwei sind auf 80 gelandet bei dem Ekshaus Äh, Garagenhaus Ich geb dir einen Griff Der Lager 4 Nein, 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 ich kann sie eh nicht anwenden Ach so Hast du sie da aufgehoben? Ja Wie machen wir es, dass wir die Links bekommen? Äh, ich mein vor uns Und ich muss erst die Dagerhalle pushen Damit die uns nicht in den Nacken fallen Ah, die sind oben, der ist gerade runtergesprungen auf 340 Dagerhalle oder was meinst du? Ja, was meinst du? 55 da, dieses blaue Haus, der ist gerade vom Dach runtergesprungen Aber wohin ist, weißt du auch nicht Da läuft er auf 40 Auf, am Jägerstand Auf, am Jägerstand Auf, am Jägerstand Soll ich schießen? Bereit? Ja Ein Hit Zwei Hits Digga, lass den einfach pushen Lass den einfach pushen Da kommt noch einer Ich glaube, hier oben mal aufziehen 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 Der läuft hinter Hinterhalle verschwunden Okay, ich pushe durch die Halle Alleine Ja, ja Ja Ich hab's stracke Versuch Fist, ich hab anderen stracke Hä? Digga, hast du dich sa... Der kleine Ruhe Ich hab ihm Headshots und alles gegeben Und er hab mich wieder getroffen, obwohl ich hinter der Kiste war Oh, was Finne schon hier Digga, der Typ Hab mich getroffen, obwohl ich hinter der Kiste war Es hat keinen Sinn gemacht Und ich hab ihm alles gedrückt, Digga Alles, auf den Kauf Das geht doch nicht Was? Der ist wirklich kein Sinn, Digga Hätte ich gewusst, dass mein Typ keine Waffe hat Aber das wusste ich nicht Ah Ja, ich pushe jetzt einfach, weil Bock der eh nicht Der wird schon gleich wieder runter Weiter hoch, ne? Aufpassen, dass der eine hinten links ist, der eine zeichnet Was ist denn wegen eigentlich? Da aufhören wir warte grad auf Westen Eine Halle steht da Hinter dir Hinter dir links, links hinter dir Am Hagen ist da einer Habs gesehen, auf 235 Ich glaub der war weiter links Weiter links ist da auch einer Boah Ich würde mich hinlegen und nach hinten wegkrabbeln erstmal Ah Da ist der einfach an den toten Leichen hin Ich hab ihn gehört, ne? Ich hab ihn gehört, ne? Da ist der hinten noch Er ist da hinten noch Er ist da rum gehüpft Na, Kampf hast du einen Vorteil mit der Waffe Ich stehe mich ganz hinten an der Kiste, haupte Ich hab das gehört Ich schwör Genau so Ja, aber ich weiß halt nicht, ob er rechts in der Ecke sitzt oder ob er links dahinter sitzt in der Mitte ist Ja, das ist eine gute Idee Der stimmelt um die Ecke jetzt, ne? Ich weiß wieder eine Und lass los Oh, Digga, du leckst Ja, weil du leckst, ist so klasse Die Türken campen immer Im GDM Überall Die campen immer Die meisten zumindest Soll ich jetzt noch weiterspielen oder sterben? Soll ich sterben, oder? Da ist ein Tanke im Haus Oh mein Gott, Digga Oh mein Gott, Digga Ey, what the fuck, Alter Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Mach mal deine Hacks aus, Lecks Hacks Ey, das steht grad nicht unterbetreten, ist mir noch nie aufgefallen hier links Guck an der Wand Loll Loll Deswegen bist du gestorben Null Halt zum Haus Digga, was war das? Ich wollte eigentlich mit einem finishen so auf gut Glück Ich weiß Und der andere rennt auch frei Deine Scheibe Also eigentlich muss ich jetzt die Runde Irgendwie in die Runde trinken Ey, trauen wir Hinter dir ist ein Tank Ja Hinter dir ist ein Tank Ja komm, ich bring mich um Ach scheiße, ich hab Granaten Scheiß drauf, dann können wir noch eine Runde spielen Buck dir jetzt nicht allein noch eine halbe Stunde Guter Junge Digga, was war das? Guter Junge Guter Junge Guter Junge Guter Junge Guter Junge Guter Junge Böse Guter Junge